Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mit dabei ist heute der geile Schwede Apostel, hoho! Guten Tag, die... Er heute mit Mad Kopfschmerzen am Start. Thomas, jetzt hör auf hier alle, mich mit Toilettenpapier zu bewerben. Mach deinen Job. Leute, wir spielen heute Pistol Only. Ich hatte bereits eine Pistol Only Challenge mit Tobi gemacht. Nachdem wir dann tatsächlich gewonnen haben, mit 14 Kills oder mit 15 Kills sogar, ist dann leider OBS abgeschmiert. Und die Datei war corrupt und du konntest sie nicht wiederherstellen. War auf jeden Fall geil. Du hast alles verstanden, was ich gesagt habe, oder? RIP! Ja, you got it, you got it. Sollen wir nach Spandau gehen? Hm, ja, warum nicht? Morgen gibt es ein ganz besonderes Video bei mir zu sehen von Fortnite, denn ich habe tatsächlich mein komplettes Büro auseinandergenommen während der Folge. Das ist mildly interesting, würde ich sagen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf die Pistolenjagd. Okay, ich nehme das ganz hinten links mit der Kiste obendrauf, aber ich hole mir die Kiste nicht. Nevermind, da geht jemand anders hin. Ich habe keine Pistol, nichts. Ja, mir nicht. Hast du eine? Ich habe einen Revolver. Oh, ich habe eine Pistole, sweet. Dann würde ich sagen, auf geht's, oder? Links von uns sind die Gegner. Äh, östlich, östlich. Mhm. Er schießt, er schießt diese sch***... Ja. Ich habe ihn zweimal. Es gibt einen Mann in dem Truck, auch. Er ist hier, er ist hier, er ist neben mir. Ja, danke schön. Ich habe den Truck aus dem Truck. Hier, okay? Ja, er versucht, mich zu töten zu töten. Komm hier. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Perfekt. Axel, Achtung, Granatläufe, Kaffee, 3, Kaffee, 4, 5, 6, 7, 8, Kaffee. Mhm. Du gerade? Ja. Perfekt. Oh, hier liegen über Schrotflindel und alles rum. Es tut einfach weh, das liegen zu lassen. Gehen wir jetzt zum Hotel? Ja, okay. Okay, easy. Auf geht's. Was ist denn das Beste, was man bekommen kann an Pistolen? Eigentlich ja, meiner Meinung nach, auch vor uns Gegner. Oh, ja. Hier vorne Klaus. Oh, da Klaus. Du fluchst hoch zu mir? Äh, ich habe keine Materialien. Scheiße, ich bedauere Gott, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich gehe runter. Ich werde das Ding brechen. Ist er in der Nähe? Oh, ich habe ihn. Holy shit. Unter mir. Oh, 60er Hit, 60er Hit, er finde ich mich, er finde ich mich, oh mein Gott! Ich habe dich, Junge! Du Legende, Alter! Siehst du? Wenn der 60er Hit nicht da gewesen wäre, dann wäre das was anderes gewesen, weißt du? Klar, da kann man sich auch bei mir bedanken, es war wieder stark von mir gespielt. Ich hatte keine Materialien, what the fuck? 4 Kills der Junge schon, Alter. Und ich krückel wieder hier hinterher, Digga. Gegner in Shifty, rechte Seite, rechte Seite. Oh mein Gott! Er hittet natürlich, sein Mate hittet natürlich direkt. Äh, NO. Treffe. Nebben. Äh, 2 Gegner. Ja, ja, richtig. Einer NO mit dem Brick rollen und einer ist unten in Shifty drin. Ich hiel mich kurz hoch, er hat mich direkt getroffen. Äh, ich zugriff. Unter mir. Gau mal. Ist das dein Launchpad? Ja, ein mehr. Nebben. Unter. Nebben. 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 Achten, Zone. Oh, shit, das ist ein Problem. Achten, ich muss in der Zone gehen. Achten, ich trappte ihn in der... Ich werde hier draußen bleiben und ihn töten. Lass ihn fallen. Lass ihn fallen. Lass ihn fallen. Er hat eine Hilfe. Unter mir. Okay. Deger. Sieben Kills, der Boy, Alter. Unnormal. Oh Gott, von oben, von Berg. Ja. Oh Gott, nächste Zone ist viel zu weit weg. Ich hab ein Zugriff pad. Okay, sehr gut. Er kommt für mich, er kommt für mich. Oh, wirklich. Er ist neben mir. Ich fahre ihn gerade jetzt. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Du bist unten. Ich habe ihn. Einer kommt. Ein mehr. Oh, shit, ich bin fertig. Bro. Du musst es machen. Du musst es machen. Bro. Du gehst verrückt. 8 Kills mit einer Pistole. Du gehst raus. Kommst? Warte. Wie jetzt. Wir müssen jetzt gehen. Okay, ich komme. Setz das Pad, setz das Pad. Schnell. Aua, 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 aua. Die Zone ist weg. Ja, hab ich gesagt. Uff, die Zone ist ganz schön weit weg. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es so machen kann. Ich komme und helfe dir. Just keep running. Ich habe einen Plan. Okay, okay, okay. 13 AP. Ja, kein Problem. Kein Problem. Just sterben. Du gehst es? Ja, ja, kein Problem. Uff. Knapper Hase auf jeden Fall an der Stelle. Und kommst her? Mhm. Ah, perfekt. Knappes Ding, Alter. 50-50 Leben. Lecker ist anders, sag ich immer. Oh, wir sollten zur nächsten Zone direkt laufen, oder? Äh, ja. Oh, ja. Enemies right in front of me. 15. North. Äh, Gegner 240. Mit Raketenwerfer. This way! Oh, f*** me! Ich bin so confused. Oh, Bro. Last two. Dude, that guy is so bad. One of them is above me. He is trying to finish me. Bro, what the f***? Got him! Okay. Das, ähm. Komm, wir gehen noch einmal nach Tilted rein. Das war stark. Das war stark gespielt. Und diesmal sagst du, wo wir landen, okay? Weil du weißt, wo die ganzen geilen Sachen sind. Ich glaube, er liegt ne grüne Piste... Don't go there. Bad idea, I think. Yeah, I'll follow you. Okay, got a grey pistol. Im Glock Tower? Oh, yeah, f*** yeah. I had one of them in the hat. I'm gonna break his platform. Oh. Fletch des Schoss. Äh, im große building, middle. Achtung, äh, Kristall. What are you doing, bro? Are you crazy? Yolo? Want to follow me? Hide him? Hide him again? Got him? Oh, I forgot to reload that one. Oh, s***. Got another one? Yeah. Letch the Gegner near me. On bottom floors. Got him. Got both of them. Woo! Should we go then? Yeah. Man, ich muss mehr Deutsch reden, alter. It's your fault. I'm not talking German. Es ist, es ist mein Fehler. Es ist mein Fehler. Ich werde jetzt mit dir Deutsch reden, okay? Ich werde die härtesten deutschen Wörter benutzen, die es gibt. Sowas wie... Keine Ahnung. Just wait 5 more seconds, and you're gonna start talking in English. Pumpernickel. Oder... Lederhosen. Kommst du her, dann nehmen wir die Kristalle und hauen ab, okay? In ein neues Leben. Wir beide. Wir zwei. Gemeinsam. Es war kein Kristall. Es war eine blaue Shotgun. Ich hasse mein Leben. Philipp, warte! Oh, vor uns sind Gegner. Oh. Stefan? Should we push? Äh, ich meine, lass uns pushen. Revy should do a no-English-Challenge. Impossible. Like, äh... Stefan? Oh mein Gott, verdammt. I hate him as well. He's pretty low. Yeah, he helped me hard though. I gotta heal. Okay. Now see me get knocked. They see me rollin. Bruh! I'm gonna mad kid. You need some... Kleine? Ich meine, brauchst du kleine Schildtränke? Es tut mir leid, ich kann noch Deutsch. Gehen wir runter, ja? Ja, ich glaub du hast die Entscheidung schon getroffen. Im Basis? Gegner? Hey! Hey, Revy! What's he doing? Oh yeah, do it, do it, do it! Oh! He shot me through it! Oh f***. He hit me so hard. Oh. F*** mein Leben! Have him? Oh! No, no, we gotta move. We gotta move. This way, this way, this way, this way. They're gonna see you though. Careful, they're seeing you. You gotta fight for your ride to party. Fight! Revy? Mhm. How you doing? Well... Okay, wir versuchen das nochmal, komm. Einmal noch. Wir gehen nochmal nach Tilted, okay? Oh mein Gott. Ich hab keine Waffe. I got some really bad ones. There's a SMG there. Oh, bro. You're a tryharding. No, I'm not doing anything. Oh! I got him. With my bloody pistol. Never near. Yeah, I got like 5 HP, so I'm healing up. Komm, die jetzt helfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Massehelle! I'm behind you. He's coming. La 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 la. I'm not cheating. Nein, nein, nein. Alles gut. Da steht im chat Maschinenpistole. Das ist in Ordnung. Gegner bei mir. Gegner bei mir. Vor mir. I'm like one health. Oh, keine Schuss! 2 Gegner neben mir. Ich hab ein grosses Problem. He's made is pretty low. Come here, you fucker! Oh, bro. Holy shit. How do we even survive this? Because I'm not cheating. No, no, no. You're not. It says Maschinenpistole. Okay? Maschinenpistole. Pistole, Pistole. Das ist alles in Ordnung. Alles gut. Oh, Gegner. Coming with you. No. Wo ist der? Im Garage. He's like one health. Oh, nice. Sehr gut. Alles gut, Philipp. Fünf kills der Junge schon wieder. Was ist der mit dem los? Mit dem stimmt da irgendwas nicht. Mehr Gegner neben mir. Der. Im Clock House. Da war eine Idee. Oh, rechts auf Clock House. Oh, lecker schmecker. Look at this. Wait, don't do it. Open the door. Open the door. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. He's gonna finish me. Oh, mein Gott. He's gonna finish me. Oh, bro, 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 bro. Huh. I have no idea how my Nate didn't knock him because he got like 100 fucking damage. But still. It counts. It's good. It's good. We win this round. Oh, fine. Oder wie ich zu deutsch sagen würde. Wir gewinnen das einfach. Und dann sind wir glücklich. Nicht wahr? Gegner. Sittlisch. Unser. Oh, bro. You're just stealing my kills there. Die Pistolen gehören jetzt auch dazu hier. Die, die, ne? Maschinenpistolen. Oh. Neben mir. Where these guys came from? Like one of them? Yeah, it's only one. Wooh. Wooh. Ähm. Crump shots. Ja, der war schnell tot. Da will ich jetzt auch gar nichts gesagt haben an der Stelle. 21 Leute, die noch am Leben sind. Komm, Philipp. Wir holen das Ding. Wir rocken das, okay? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, Gegner, 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 Gegner. It's a villa. Luxury, yeah. But if I sneak down at the llama, nobody will see it and I open it, right? Let's take this tiny slurper. Okay, should we push them? Uh, sure. A buff, a buff, a buff. He just hit me with the shotgun at this range. He's gonna fall down. Oh, Brevi, hinter dir, hinter dir. Junge! Didn't see him. Nedring Leben. Linkt at dir. Card is made? Yeah. No problem. Don't just stream at me. He was standing on top of you. Yeah, but I'm very sensitive, okay? Yeah, well shut the fuck up then. Okay. Sorry. I got one of them pretty good. One of them is down. The other one is right next to me and both down. Holy shit! And he knocked me as well. That's not fair, bro! Aber siehst du? Wir machen das gut, oder? Wir machen das gut! Mhm. Das gehört dir. Das ist nur für dich, okay? Das hab ich dir gegeben. Weil das steht dir zu. Ich möchte, dass du das öffnest und damit glücklich wirst, okay? Here you go. Oh, come. Die triffst du doch nie im Leben, Philipp. Die triffst du doch nicht. Oh, aber die treffen uns von oben vorm Berg! Oh, we gotta go down. This way. Aua. Oh, well. You saved my ass. Let's keep pushing into the zone. The zone is coming. I just wanna kill these guys. He's got a granite launcher. Watch out. Yeah. Hit one of them. Treffer. 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 We should push them. Hinterbarm. Auf geht's, Junge. Ey Leute, ich weiß nicht warum alle sagen mein Englisch ist schlecht. Mein Englisch ist nicht schlecht. You think my English is bad? It's really, really not the yellow. Oh shit, the enemies are here. Okay, er geht wieder alleine drauf. Alles klar. Wir werden sehen. Let's go, Rabi! So, should we get involved? Yeah, yeah. Always. Why don't we just shoot them down? That's boring. One of them is behind you? Do it. Der Alben, kannst du über alles? Unter dir? Oh, I'm okay. Me! Oh, you've tried to finish me, but I'm killing myself. No, don't do it. Don't do it, Rabi. No, no, I got like 30 HP, so. Oh. Ja, schade Leute. Philipp, da wollen wir jetzt auch gar nicht nachfragen, was geschehen ist, ne? Aber wir hatten drei wunderschöne Runden mit einem Win dabei. Das reicht uns auch. Philipp, danke schön für diese tolle Aufnahme, ne? Kein Problem. Danke für having me. Schaut unbedingt bei Philipp vorbei, Leute. Es lohnt sich. Und ich würde sagen, das war für dieses wunderschöne Video. Macht's gut. Bis bald. Habe einen guten Tag, Junge. Tschüssi. Tschüssi. Joa. 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 Joa.